Aber wie geht's dir? Ich hab ja was... Ähm... Sound ist ausverkauft. Das müssen wir noch, äh... Ach naja, mega müde halt seit gestern Morgen wach und so. Lächle schmerzen. Konntest du denn gerade wenigstens ein bisschen straffen? Ich hab ja direkt die Erbe für nen... Kaber. Man muss auch mal ein bisschen Spaß verstehen. Man muss auch ein bisschen Spaß verstehen. Man soll leichte Schmerzen... Ohne das jetzt direkt gegen dich zu meinen. Nur die meisten Leute, die so einen Namen tragen und hier reinkommen, die, äh... Habt ihr Tonprobleme? Das ist meine Lieblingschreiberin. Halligin Vincent. Äh, nur, wie gesagt, die meisten Leute, die solch skurrilen Namen haben und hier reinkommen, die fühlen sich auf wie die letzten Vollidioten. Deswegen bin ich dann mal direkt so, okay. So, ich hab ja... Äh, ich hab ja nur noch eine Chance, da will ich auch überzeigen. Das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Ähm, ja, Ingame-Sound ist so leise, sonst geht's. Was ist da los? Das ist dann so laut. Das muss ich nicht, wenn ich mein Headset auch immer so laut dreh. Ich muss das ja auch alles hören können. So, wir probieren das mal so. Merke aber, das ist der ganze Stream. Da liegt's bestimmt nicht an mir. So, wir können uns entweder durch die Kanalisation begeben, die wir nicht finden, oder wir gehen zu den Wachen. Und dann haben wir uns immer versucht, hier... ...durchzuschmuseln. Die sind so... Die waren ja so übertrieben gemein. Dann brauchen wir jetzt auch einfach aus dem Raum wieder raus. Verlieren nämlich... Oh, ich dachte, ich hätte jetzt grad Igme oder so, tatsächlich. Oh, oh, oh. Uh! Aua, 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 aua! Aua! Hehe! Ich hasse diese Viecher. Ah, so alle zwei, drei Sekunden hängt es. Das ist scheiße. Hat da jemand andere Probleme? Mir hängt nichts. Also, das ist außergewöhnlich, Nisi, dass der Stream bei dir nicht hängt. Tatsächlich. Ich bin überrascht. So, jetzt sind zwei Mods da. Ich bin drüben bei Oma. Natürlich, Iris. Viel Spaß dir bei der Omi. Ja, aber leider nur zum Auftakt. Ab wann streamst du selber? Ne, warte mal. Können natürlich auch zwischen Quen und Art wechseln, aber wir probieren es jetzt mal mit Art. Er kommt. Okay. 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 Habe ich da gerade einen Kripp geleistet oder was war das? Wieso komme ich an diesen Viechern von Lampen nochmal nicht vorbei? Spätestens um 21 Uhr. Denke aber schon früher. Ja, mein Gott. Das ist halt so. Wie läuft es bei dir denn im Sprechzeit? Ich weiß nur halt nicht, was... Aber was machst du? Wen ich mitbekommen leider? Ja, du hast Witcher 2 noch gar nicht mitbekommen. Wie kann das sein? Was ist denn, wenn ich hier einfach weitergehe? Schon wieder das Medaillon. Ernsthaft jetzt? Was ist das denn? Bin ich gerade wirklich an den... Ich will das nicht. Die Leute sollen mich einfach gefangen. Die haben mich mega erschrocken. Tut mir leid. Oh mein Gott. Weißt du halt nur nicht, was du da machst. Doch, einmal oder zweimal. In der Werdigungswoche da war... Ah ja, stimmt. Ja, aber ich meine jetzt von Anfang an hast du Witcher 2 ja gar nicht mitbekommen. Hallo, was bist du? Okay. Ich bin immer noch zufrieden. Ich mainstream halt für mich alleine die meiste Zeit. Aber das habe ich ja einkackuliert. Ja, das ist leider wirklich am Anfang ein bisschen super. Hallo? Du bist ein Golem. Ah, mein Gott! Ich dachte, er kommt hier nicht hoch. Okay, ist gut. Hallo? Ich glaube nicht, dass du Volltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung... Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Ja, das ist glücklich. Ich gehe, ich gehe! Ich gehe, ich gehe! Ah! Ey, sag mal, was ist das für ein Scheißlevel? Das ist die Belohnung. Move on, Hallöchen. Hundi, wie geht's? Kommt man hier weiter? Kann ich hier weiter? Ich roll jetzt, mir ist alles egal. Ich roll jetzt euch allen Leuten weg. Falls witzigerweise funktioniert. Ich mach jetzt den Speedrun. Keine Ahnung. Ich hab ja oft vom Scheinen Sub-Only-Mode gehört, aber ein Mod-Only-Mode? Pssst. Ähm, Isa, was machen deine Fehlerlinge? Die sind fit soweit. Den gibt's wirklich. Warte mal eben. Gehen die raus. Nein, hier wird niemand rausgeschmissen. Gibt es auch irgendwie neuerdings einen Follow-Only-Chat-Modus? Aber ich will ehrlich einen für den zweiten Teil wird's definitiv kein Best-of geben, weil ich mit... Warum kannst du diesen Teil denn nicht komplett geben? Warum untersuch ich hier eigentlich alles? Ich bin viel zu underpowered. Das Ganze. Okay, es sind nur Harpien, Isa. Harpien kriegst du ja wohl noch hin. Ich hab das voll schön... Guck mal, die sind sogar so doof, die bleiben in der Tür. Wobei es Flügel sind, die könnten drüberflüllen. Aber hey. Vielleicht kommen wir ja nochmal zu diesem Golem zurück. Ich weiß es nicht. Mein Harpien fühl ich mich sicher. Mit dem kann ich nicht gehen. Mit Harpien kann ich nicht gehen, definitiv. Wie die tut das denn? Wann muss ich denn... Namen höherer Werte? Wir gehen ja nicht durch... Wir verstehen eigentlich welche Leute? Wir sehen bestimmt auch total gut Pinter. Hallo. sei gegrüßt sei gegrüßt ist das nicht ein wunderbarer tag da sind wieder wachen stinken deswegen gehen wir da nicht hin ja ein follow only gibt es ist halt die harmlose variant macht schon stellen was sie sind weil ein follow kostet nichts und schießt ein paar unbelebt liebe person so meinst du es gibt es gibt ein follow-only modus gar nicht bewusst kann man hier runter es sieht so aus als könnte man hier weitergehen aber das spiel ist muss ich doch hier kann ich hier dann kann ich auch nicht ein bisschen froh dass ich einfach die golems umrollt habe und doch gar nichts ich habe gerade gar keine ahnung wo ich her muss überhaupt wirklich gar nicht gibt es schon mal es wurde mir gerade gesagt war mir gar nicht bewusst gewicht zu wird es gerade tags oder warum ist es hell aber es ist noch nachts jetzt sind wir auf dem markt und das wäre ich die leute die mich festnehmen ich suche eigentlich die leute die mich festnehmen ach was ihr nicht sagt ich arbeite nicht mit zauberinnen das ist keine aufgabe für mich was ist denn hier los wollt ihr euch schlagen die kammer aktuell untersagt du kannst doch nicht einfach kneifen wir waren uns einig wir haben verpflichtungen zu erfüllen du hast einen vorschuss eingestrichen und den behalte ich auch steigt mir bloß nicht nach hexageralt welch ein anblick für die müden augen können wir reden ich hatte nicht erwartet euch wiederzusehen hier schon gar nicht lokmuin ist ein faszinierender ort besonders für wissenschaftler wir haben eine kleine expedition unternommen und brauchen schutz von welcher art expedition sprechen wir wir haben hieb und stich feste beweise dass das labor von app der henna sich in lokmuin befindet wir brauchen einen bewaffneten der uns vor dem abschaum in der kanalisation beschützt die einzelheiten erfährst du von unserer auftraggeberin einer zauberin ich weiß einiges über monster und über zauberin wie heißt denn diese es tut mir leid aber wir können ihre namen erst preisgeben wenn du mitmachst na dann war nett mit euch zu reden sind ja ihr name ist sind ja sind ja ach an sowas erinnert er sich wie merke ich mir frauen was hat der henna in dieser stadt gemacht von seinem fluch der tausend genien hat jeder schon gehört aber kaum jemand weiß dass er auch eine vorliebe für die geschichte von lokmuin hatte besonders interessierten ihn die vrans und deren ende als zivilisation in seinen erinnerungen erwähnt er dass er sein archiv hier gelassen hat so konnten wir sein labor genau lokalisieren das habt ihr geschafft die zauberin hat es geschafft um genau zu sein aber wir sind diejenigen die alles über app der henna wissen ich habe meine dissertation über den mann geschrieben um zum labor zu gelangen müssen wir die kanalisation durchqueren erinnert ihr euch noch an den trank den ihr mir in flotsam gegeben habt natürlich wie geht es mit dem experiment hast du irgendwelche nebenwirkungen bemerkt oder besondere wechselwirkungen mit anderen tränken ja immer wenn ich schnapps trinke kriege ich eine haarzunge in ordnung ich helfe euch du wirst es nicht bereuen wo fangen wir an wir haben zugang zu einer alten krypta in der magier bestattet wurden sie liegt unter diesem tor unsere gefährten erwarten uns dort glaube wir sind auf dem richtigen weg warum ganz einfach weil das führt uns zu unter die kanalisation und wir müssen in die kanal also wir haben entweder die wahl wir gehen durch die kanalisation oder wir gehen eben lassen uns verhaften weil wir zu durften uns gerade verhaften zu lassen wir sagen geben wir einfach in die kanalisation ist das die person ich holen erst wieder voll nett mit mir reden und dann soll ich holen und über firefox läuft es nun dafür spinnt der rest der webseite wieder was ist los bei dir kürzen vielleicht nix sie nicht möchte ne okay also oder sie stellen mir einfach einen falle und ich laufe richtig naiv jetzt rein das kann ich wir gucken mal wer sieht denn keine bruksa Ich mag Ruxas nicht. Ich mag Erscheinungen eh nicht auf engen Raum. Die stinken. Wieso regnet hier so Feuer runter? Wie ist das? Feuerwerk. Ups, ich habe nicht gesehen, dass ich selbst davon Schaden kriege. Verdammte Angst. Keine Ahnung, was die bei Twitch machen. Die macht seit einer Woche immer wieder Probleme. Das stimmt. Das ist wirklich eigenartig. Ups, jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Ich dachte so, was ist das Schönes? Hau mal drauf. Auf jeden Fall weiß ich doch schon mal, dass ich die so schön nicht nehmen werde. Und ich dachte, weicher mal nicht. Es ist total nervig in Akt 2. Am Ende konnte ich halt alles recht einfach töten. Und jetzt ist gefühlt alles richtig, richtig schwer. Hast du Licht an, Licht an. Gut, dann sprechen wir jetzt vor dieser Tür einmal. Wer weiß, wo die uns... Das Design der Tür ist aber nett. Das stimmt allerdings. Da gebe ich dir nichts. Wir sind durchgebrochen. Am richtigen Ort. Ruhe. Ach, das ist Cynthia. Wir treffen jetzt wieder. Wo ist Triss? Fangen wir einfach mal mit den ersten Dingen an. Du verstehst nicht. Du hast Triss in einen kalten Stein verwandelt. Mir will gerade nicht einfallen, warum ich dich nicht in eine kalte Leiche verwandeln sollte. Sie ist gesund und munter. Wir haben sie erfolgreich dekomprimiert. Es gab keine Komplikationen. Und das Verhör nach der Dekompression? Denn ihr habt sie verhört. Ich habe das Verhör persönlich geleitet. Wir haben ihr die Werkzeuge gezeigt, ihr ein paar blaue Flecke verpasst und schon hat sie geredet. Ihn schlagen. Cynthia, sag ihm, er soll still sein. Sonst bringe ich ihn um. Ruhe, Adaibert. Das ist ein Befehl. Hexer, hilf mir meine Mission zu erfüllen. Hilf mir dir, Hannahs Labor zu öffnen. Was gibst du mir dafür? Ich habe die Geheimdienstberichte gelesen. Ich kenne deine Vergangenheit. Es stehen Dinge darin, wichtige Dinge, an die du dich nicht erinnerst. Ich könnte dich zum Reden zwingen. Das glaube ich nicht. Willst du mich foltern? Wir wissen beide, dass du das nicht könntest. Wir kommen darauf zurück. Wie komme ich ins Nilfgardische Lager? Es gibt nur einen Eingang. Dahinter liegt ein langer, schwer bewachter Korridor. Da kannst du dich nicht reinschleichen. Renoald App Matzen hat den Ort extra gewählt, um Überraschungen zu vermeiden. Wo haltet ihr Triss fest? Hinten, im Lager. Unter einem zerstörten Gebäude. Du wirst mir helfen, sie zu befreien. Wohl kaum. Du tötest mich besser sofort. Du hast keine Vorstellung, was der Geheimdienst des Imperators mit Verrätern macht. Warum seid ihr hier? Wir vermuten, dass Deahennas Labor Dokumente und Bücher enthält, die der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften von Nutzen wären. Das ist nicht mal halbwegs lustig. Du lügst. Wir wissen nicht, was das Labor enthält. Deahennas war talentiert, aber auch ein Exzentriker. Und was hofft ihr zu finden? Das ist geheim. Ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls brauchen wir deine Hilfe. Das Labor befindet sich unter dem Redanischen Lager, also kommen wir oberirdisch nicht ran. Wir wollen durch die Kanalisation. Doch das schaffen wir nur mit einem fähigen Schwertkämpfer. Wegen dieses Handels. Also gut. Ich helfe euch, das Labor zu öffnen. Dafür sage ich dir alles, was ich kann. Haben wir eine Abmachung? Ja. Werden wir ertrunkenen... Hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Spezies. Vielleicht anderen Monstern. So ist diese Welt nun mal. Kanalisationen sind mit Monstern verseucht. Da wäre auch momentan so fähig. Ich finde... Gerald, es fühlt sich richtig unfähig wieder an. Das nervt mich ein bisschen. Es nervt mich wirklich. Es ist halt total... Ich hatte wirklich so das Gefühl... Hm? Interessante Karte. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, okay, wow, wir sind jetzt langsam mal auf so einem guten Weg, weil ich auch recht weit schon gelevelt hatte. Die Schwerter sind eigentlich gut und du kriegst jetzt wieder nur auf... die ganze Zeit. Oh, das ist noch eine Truhe. Ist aber irrelevant. Gehen wir mal weiter. Gehen die einfach voraus. Die Deppen, ohne auf mich zu warten. Naja, habe ich gerade das Fass kaputt gemacht, weil ich dagegen gestoppt bin mit meiner männlichen Hüfte. Das war schon mal bei 50 Worts tatsächlich. So, ich würde sagen, wir meditieren jetzt hier nochmal ein bisschen und nehmen ein paar Tränke ein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie dunkel es ist. Ist aber egal. Wir nehmen einfach Petris Filter und eine Schwalbe und gut ist. Wir müssten vielleicht auch mal demnächst nochmal neue Tränke basteln, dass Nisi eine Frau ist. Ja, wirklich. Ich muss mir hin. Kommen wir hier raus. Dann wollen wir mal die Party starten, ne? Wahrscheinlich hätte ich auch eine Katze nehmen sollen. Aber ich mag Katze. Also den Tränke. Uhhh! Uhhh! Voll geil, ey. Ich bin ganz froh um diese Monster, keine Frage, weil es sind Monster, mit denen habe ich schon gekämpft. Irgendwie habe ich schon gekämpft. Oh Gott. Ich bin mich gerade so unnütz als dieser Zauberer. Chows alles brechen. Wir sind schon immer gemein, wenn man halt in so einer Ecke. Ach, die beiden waren noch gar nicht da. Hallöchen Griffi. Na schau mal. Guck. Guten Abend. Hallöchen, wie geht's dir schon, dass du da bist? Ach, wo ist denn der Loot von denen? In der Wand. Da? Die haben einfach keinen Loot. Was ist das? Nefgader-Pluderhosen. Rüstung 1, Blutenresistenz. Das dachte ich nicht gut. Irgendwie kenne ich die Mission nicht mal. Nicht? Also hast du auch mal den Sven. Ja? Ich siege alle Monster. Ich laufe jetzt erstmal mit einem Quenntzeichen auf mir drauf weiter. Das hält ja... Das ist nicht hässlich hier. Das ist wirklich... Oh geil. Ich mag die Monster. Oh, ich mag die... Oh, okay. Ich nehm zurück. Ich nehm zurück. Ich nehm zurück. Ich mag die Monster, ja. Das ist richtig. Muss die Muddy da sein. Einmal bist du jetzt empfohlen. Ich nehm zurück. Machen dann schon. Wir laufen einfach ein bisschen im Kreise. Und dann geht das... Ich bin gerade überrascht, also positiv überrascht, wie lange mein Köln eigentlich drauf ist. Auch wenn ich nicht viel gerade in den Kampf aktiv dazu steuern möchte, aber die anderen Zauberer machen vieles Gutes für mich. So, jetzt können wir auch mit irgendwie ein bisschen draufhauen. So, danke, geht soweit. Geht soweit. Geht soweit. Ähm, haben wir vorhin im Bus mit dem Rasterschuss von der Jacke den Raum geschnitten. Aua. Das ist schmerzhaft. Wir gehen da weiter. Heute bin ich nicht so auf Erkundungstour in dem Spiel. Mir hat der Raum mit dem Golem eigentlich schon gereicht. Oh, schon wieder ein Schwert. Worauf wartet ihr? So, auf die Sequenz. Ich bin nach keiner Rotte in den Kanälen rumzuwieseln. Wonach suchen wir überhaupt? Nach ein paar Gräbern, hab ich gehört. Gräber? Vielleicht ist dabei was drin für uns. Haltet ihr die Klappe? Soll der... Wir haben Gesellschaft. Welchen würde ich verruscht werden? Warum? Redanische Bastarde. Ah, es geht also doch noch ein bisschen eck. Ja. Bisschen geblutet. Wer macht die Sauerei nur weg? Ach. Der Eingang muss hier irgendwo sein. Wenn man unseren Fachleuten trauen kann. Der Henner hat mit Illusionen hantiert. Unter anderem... Er hat auch viel mit Golems experimentiert. Golems mit der Gabe zu sprechen, wie es heißt. Sie waren zwar keine Dichter, aber... Schluss jetzt mit der Lobhudelei. Es ist wirklich eine Illusion. Ich habe den Schwachpunkt gefunden. Zurücktreten. Ich dachte, es sind ja immer nur eine Schülerin. Leiter! Leiter! Einlaun! Lüse! Einlaun! Leiter! Es... Herzen und Füße, sie kennen mich beide. Ich habe kein Messer, doch sagt man, ich schneide. Was bin ich? Vorsicht mit der Antwort. Es könnte eine Falle sein. Typisch der Henner. Er war ein Genie mit Hang zu miesen Scherzen. Richtig kindisch. Dann sollte eine Erwachsenengruppe, angeblich Experten, ja keine Probleme damit haben. Für wahr. Es ist trivial. Die Antwort ist Schmerz. Falsch. Falsch. Nein! Das darf nicht wahr sein! All die Jahre gemeinsamer Forschung. Warum haben wir uns hierauf nur eingelassen? Ja. Warum? Ich würde fast behaupten, wir sind selbst schuld. Wir sind noch nicht fertig. Bringen wir es rasch hinter uns. Ja. Wie wir von den Büchern träumten. Den Tränken. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wie wir ihn gerade mit Sauron sprechen. So, ich gehe mal hier rein. Frisch mit dem Wächter. Güte und Grausamkeit sind mir vertraut. Und wenn ich mich garste, fließt Blut. Ich bringe Geschenke. Ich kehre mich gegen dich. Und bin doch selbst schon dein Gut. Oh Gott! Okay, wir haben ein Fluss, ein Elf, die liebe lebender Königin. Das Schicksal. Kommt mit dem Baguette wieder. Guten Appetit. Hochmut kommt vor der Verbrennung dritten Grades. Ja, vielleicht war es auch die Verbrennung des vierten Grades. Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ähm, wir fragen erstmal, ob sie die Antwort wissen. Also los, helft mir weiter. Ich war als Kind gut im Rätsellösen. Aber das ist so lange her. Vielleicht ist es ein kapriziöser König, der die einen Untergebenen belohnt und die anderen in den Krieg schickt. So flatterhaft sind nur Liebende. Manche sind sogar besonnen genug, Geschenke zu machen. Herrin Cynthia ist da Expertin. An deiner Stelle würde ich auf sie hören. Ich hatte mal eine Liebhaberin. Sie hat nicht viel von mir übrig gelassen. Könnte es die Liebe sein? Scheint zu passen. Sie kann gütig sein. Das größte Geschenk. Oder grausam und garstig. Sie kann aber auch blind sein. Was ist mit dem Elfen? Manche sind gütig und bringen Geschenke. Mit anderen fließt Blut. Du meinst wohl, das ist ein Spielchen hier. Es geht um unser Leben. Sie verwirren mich. Ich hätte sie gar nicht fragen sollen. Sie haben mich noch viel, viel mehr verwirrt. Ähm, wir holen uns nochmal das Rätsel an. Könntest du das Rätsel wiederholen? Güte und Grausamkeit sind mir vertraut. Und wenn ich mich garste, fließt Blut. Ich bringe Geschenke. Ich kehre mich gegen dich. Und bin doch selbst schon dein Gut. Warte mal. Könntest du das Rätsel wiederholen? Güte und Grausamkeit sind mir vertraut. Und wenn ich mich garste, fließt Blut. Ich bringe Geschenke. Ich kehre mich gegen dich. Und bin doch selbst schon dein Gut. Das schickste. Ja. Wow. Ist das ganz gut gelaufen? Ha. Nicht für alle. Ah. Nachgedacht. First try. Liebe klingt überhaupt nicht passend. Das war alles viel zu, so Standardantworten. Dachtest du, nee, das kann das nicht sein. Und dann nochmal angehört und nochmal. Und das dachte du, ja, eigentlich passt das. Hier ist jemand gewesen. Vor kurzem. Okay. Haben Sie das nie zu Rätsel? Hint? Nanu, da ist ja die Konkurrenz. Tötet sie. Wieso so kommen sie denn einfach durch die Decke und wir müssen uns diesem scheiß Auge stellen? Das war zu schwer. Ja. 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 Ich glaube, da war ich jetzt einfach nur sauer. Seit wann kann ich das? Warum kann ich das nie gegen die Monster? Ja, toll. Der Nordling. Noch ein Wächter. Und wir? Wir müssen uns hier durch dieses Auge kämpfen. Ja, die macht ihr Leiter-Gedönse und ich... Dabei bin ich auch richtig schlecht. Er reagiert auf meinen Zauber. Dabei bin ich richtig schlecht im Rätsel entständig. Da sind sie. Die Höhle an sich ist wirklich sehr schön, aber die rennen hier einfach direkt durch wie die letzten Hyopines. Okay. Darf ich mich hier nochmal legendärisch schätzen? Wir gucken uns erst mal die Bücher an, bevor wir mit dem Auge reden. Okay. Fichte und Toxinie. Ich weiß nun Lord of the Rings rein. Film Part 3. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Das ist aber... Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Und auch der Herren in Silbertracht. Wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Hörte ich, wie sich jemand beschwert, die Rätsel wären zu einfach? Durchdenken wir die Sache. Wir haben neun Eickhofen mit Fresken. Das sind dreimal drei Fresken. Das Rätsel spricht von drei Wegweisern, die für die Reisenden angebracht sind. Wir müssen die Fresken untersuchen und dort die Antworten finden. Ich sage gerne was zum Rätsel, aber bei der Entschärfung der Vorrichtung mache ich nicht mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Erster Wegweiser ist das... Was haltet ihr vom ersten Wegweiser? Das Stundenglas ist ein Symbol für Zeit. Ein gewundener Drache, der sich in den Schwanz beißt, steht für die Unendlichkeit. Und damit für Zeit. Eine Konstellation, denn der alchemistische Drache ist geflügelt. Jeder fähige Alchemist ist auch Astrologe. Es muss eine Konstellation sein. Eine alchemistische Allegorie. Ein geflügelter Drache symbolisiert den Urstoff. Ich muss mir das nochmal anhören. Ich kann... Ich komme mit... Ich habe den Wortlaut des Rätsels vergessen. Der erste Vers lautet, sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Was haltet ihr vom ersten Wegweiser? Das Stundenglas ist ein Symbol für Zeit. Ein gewundener Drache, der sich in den Schwanz beißt, steht für die Unendlichkeit. Und damit für Zeit. Eine Konstellation, denn der alchemistische Drache ist geflügelt. Jeder fähige Alchemist ist auch Astrologe. Es muss eine Konstellation sein. Eine alchemistische Allegorie. Ein geflügelter Drache symbolisiert den Urstoff. Ich habe den Wortlaut des Rätsels vergessen. Der erste Vers lautet, sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Astrologe, die Drachenkonstellation. Ich hoffe, du guckst das nicht nach, Silber, ne? Daniel. Müsste die Drachenkonstellation sein. Ich übernehme das. Ich gucke mir mal eben selber die Frespen an. Okay, das ist halt das mit der Unendlichkeit. Dann mit der Drache. Hier ist nichts. Dann haben wir doch das der Drache. Und das ist, ne warte, das ist der Drache. Das ist das mit den Alchemie. Die Frau. Frau und Blumen? Nein, tue ich nicht. Ich rate. Okay. Ich wollte es nur gesagt haben, bei Backseat Gaming möchte ich ja nicht so unbedingt. Okay, dann haben wir eine weitere Frau. Hier auch irgendwie was. Warte, was? Warte mal. Was? Ich weiß überhaupt nicht, was mir der leuchtende Boden mitteilen möchte. Vielleicht macht er das auch einfach nur, um die Fresen leuchtbar zu machen. Okay, das ist mit einem Schlangenkopf. Also Kopf und Schlangen. Und es sieht ein bisschen aus, als wäre so ein König, der das ganze Volk unter ihnen einfach zunichte machen würde. Eine Brücke, eine Landschaft. Springt einer runter, runter vom Wasserfang. Okay. Und der brennende Turm von Babylon. Das andere fällt mir da spontan nicht ein. Okay. Dann gehen wir wieder hier zurück. Und ich habe Gaspar... Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Und auch der Herren in Silbertracht. Wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Ähm... Der erste... Müsste die Dracht... Ich übernehme... Huch, ja, hi. Was meint ihr zum zweiten Wegweiser? Die Weiße Rose ist das Symbol des Ordens der Flammenrose. Da ist ein Wappen im Fresko. Und in der Heraldik steht Weiß für Silber. Also ist die Herren in Silbertracht eine Weiße Rose. Der Mond. In der Alchemie steht der Mond für das weibliche Element. Und auch für Silber als Metall. Der Orden ist im Süden nicht sehr bekannt. Der Totenkopf andererseits steht sowohl für den Tod, als auch für die kaiserliche Nausicaa-Division. Diese Einheit kennt jeder in Nilfgaard. Nausicaa könnte die Silberherrin sein. Es heißt der Todfolge der Division. Und der Name selbst ist weiblich. Ich würde auch tatsächlich... Also Gülfik, ich gebe dir da recht. Ich sage auch jetzt... Dem Mond ist verwidrig. Ich glaube, es ist der Vollmond. Lass mich das machen. Ich glaube auch, das ist der Vollmond. Was fällt euch zum dritten Wegweiser ein? Ein Abgrund. Eine Schlucht. Ein altes alchemistisches Gesetz sagt, wie oben, so unten. Dieser Teil des Rätsels bezieht sich auf einen Abgrund. Der Teil über den dritten Wegweiser ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, gemeint ist das Mahakam-Massiv mit seinen Zwergen und Gnomen. Sie bauen diverse Erze ab, die für Alchemisten Schätze sind. Das Gewölbe im Berg muss einen Turm bezeichnen. In den Legenden dienen Türme als Kerker für Prinzessin oder als Verstecke für magische Artefakte, die der Held nicht finden soll. Das klingt irgendwie auch Quatsch. Ich finde es halt mega schwierig. Keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, der Abgrund der Tür ist die Bergselierte vor dem Himmel. Der Turm. Ich glaube nicht, dass es der Turm in Ahnung ist, dass es der Abgrund ist. Ich glaube auch schon, dass es wirklich, wirklich wortwörtlich zu nehmen ist, weil es einfach so einfach... Wir probieren es einfach. Wir haben ja gespeichert. Der Berg mit dem Himmel dahinter. Das klingt logisch. Ich stelle mich zu diesem Fresko. Mal sehen, ob wir das lösen können. Nehmt eure Plätze ein. Ohne mich. Ich will weiterleben. Wie du meinst. Welchen muss ich jetzt hin? Äh... Zu diesem hier. Das habe ich mir auch gar nicht angeguckt, witzigerweise. Ein Dringling erkannt. Nein! War das nicht irgendwie klar, dass er jetzt stirbt? In diesem Rätselwarnswer... Hallo, Hübscher! Unsere Expedition dünnt aus. Dabei waren die beiden... Halt den Mund! Aber natürlich, Herrin! Weil es war irgendwie klar, dass er stirbt, oder? So, Milady's first! So, ich bin mal auf dem Wallstream. Viel Spaß noch. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß. Ach, reden wir mit dem? Ja, dann ist er auch okay. Heute rede ich auch lieber. Ein Golem! Dann sind die Legenden, über die er Henna war. Nur eine gehorsame Maschine. Geschaffen, um Befehle auszuführen und zu töten. So wie unser Hexer. Hm. Dann müssten wir ja prima miteinander auskommen. Was weißt denn du schon von Golems? Golems greifen vielleicht keine Konvois an, wie andere Monster. Aber jedes gute Bestiarium beschreibt sie eingehend. Geralt, ich will ja dein Wissen nicht anzweifeln. Aber trotzdem ist es an mir hier... Tatsächlich stellst du mein Wissen sehr wohl in Frage. Ich bin der Experte. Ich werde versuchen, das Wort aus ihm rauszubringen, das ihn deaktiviert. Oder ich breche in seinen Kopf ein und zerstöre das System. Dann haben wir einen Einbrecher in unserer Mitte? Bitte sehr, versuch es. Meine Absichten sind gut. Meine ebenfalls. Sei jedoch gewarnt, dass sich das ändern kann. Der Henna muss ziemlich einsam gewesen sein, dass er dir Eloquenz gegeben hat. Der Meister hat mich zum Wächter gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Und du bist ein Gast. Vorausgesetzt, du bleibst da stehen. Du weißt also, dass du ein Automat bist. Wissen wir denn, was wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen? Ist das menschliche Leben in seiner Unerbittlichkeit von Geburt und Tod besser als meine Existenz? Wird ein Mensch geboren, ist er seinen Eltern gehorsam. Später hört er auf seine Lehrer, Meister und Befehlshaber. Schließlich unterwirft er sich dem Willen des Todes. Und da stellt Adalbert Deahennas Können in Frage. Wenn irgendwer passieren darf, wer? Der Henna, doch er ist tot. Auch Gäste dürfen passieren, Eindringlinge nicht. Erzähl weiter. Wer ist Gast und wer ist Eindringling? Ist das nicht offensichtlich? Ein Gast war Distanz oder kennt das Namenwort. Ein Eindringling geht zu weit, greift mich an oder setzt meine Existenz anderweitig zu. Wollte schon einmal jemand hier hinein? Ich entsinne mich keiner Eindringlinge. Doch Gäste waren hier, die gingen, nachdem sie gewarnt wurden. Wann war das? Was habt ihr besprochen? Ich bin ein Apparat. Mein Gedächtnis hat Grenzen. Ich bin ein Apparat. Also erst seit kurzem. Also ich gehe zugucken. Viel Spaß, Daniel. Du bist dir deiner selbst viel bewusster als ein typischer Golem. Kannst du eigene Entscheidungen treffen? Der Meister hat mich so geschaffen, weil er ausführliche Diskussionen schätzte. Ich kann selbst Entscheidungen treffen. Im Rahmen meines Programms natürlich. Du entscheidest also, wer Gast ist und wer Eindringling. Wer denn sonst? Gäste führen harmlose Unterhaltungen und üben keinen Druck aus. Alle anderen sind Eindringlinge. Vielleicht muss ich auch ein bisschen darauf aufpassen, dass ich nicht zu viele Fragen stelle, nachdem er das gesagt hat. Erinnerst du dich an deinen Schöpfer? Natürlich. Ich wurde von Meister Dea Henna ins Sein gerufen. Ich bestehe nach seinem Willen, seiner Macht, nach dem Zwang, der mir in den steinernen Eingeweiden wohnt. Dea Henna ist tot. Sein Wort, das mich belebt, besteht fort. Wie auch sein Erbe, das ich beschütze. Imperien entstehen und fallen. Flüsse ändern den Lauf. Doch ich bin meinem einzigen Herrn gehorsam, auf meiner ewigen Wache. Oha. Hm, wir könnten jetzt zaubern. Das könnte jetzt entweder schief gehen oder nicht. Wir probieren es auch. Du bist kein Automat. Du bist dir deiner selbst bewusst und du kannst denken. Du kannst Entscheidungen treffen. Nein! Es ist misslungen. Du liegst falsch. Ich bin wortgewandt und kann zwischen Gästen und Eindringlingen unterscheiden. Mit letzteren werde ich fertig. Doch alles, was ich sage und tue, ist durch mein restriktives Programm bedingt. Übrigens bin ich als Automat immun gegen alle Zauber. Eindringlinge aufhalten. Ups. Wir wollen ihn ja... Nein, nein, das ist nicht gut gelaufen. Hoppla. Okay, wir haben was gelernt. Wir können ihn nicht beeinflusst mit Zauber sprechen. Dementsprechend werden wir nochmal laden und nochmal da reingehen und nochmal das Gespräch mit ihm führen. Ein Ghoul. Nur einem was gut getan meint. Der Herr. Du weißt all. Wes ist der warum. Wenn er. Du bist die du. Wollt. Wollt. Ich habe andere. Erinnerst. Natürlich. Der Herr. Sein Wimp. Der Herr. Der Henner muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Erzählst du mir von ihm? Ich beschütze alles, was des Meisters war. Auch seine Privatsphäre, die er besonders schätzte. Ich kann dir nichts sagen. Können wir ihn wirklich auch einfach warten? Ich habe andere Fragen. Wir fragen mal anders bevor. Hat dein Schöpfer dir einen Namen gegeben? Gehorsam und Unbeugsamkeit sind mein Name. Ich bin ein Wächter und der demütigste aller Diener. Der Name eines Golems ist das Wort, das ihm Leben gab und es ihm nehmen kann. Du musst einen Namen haben. Ich habe gar nichts. Alles gehört meinem Meister. Wie könnte ich den Namen preisgeben, wenn ich nur existiere, um meines Schöpfers Eigentum zu schützen? Dich hat mächtige Magie erschaffen. Der Henner war ein wahrer Meister. Das ist er noch, da seine Meisterschaft fortbesteht. Stimmt wohl. Äh. Okay. Als bewusstes Wesen musst du hier einsam sein. Du irrst dich. Warum geht der andere gerade weg? Der Kummer und Schmerz der Welt gehört in den Bereich der Gefühle. Meine Gedanken kennen nur reine Logik im Rahmen meines Programms. Aber du bist lernfähig. Es heißt, dass jede Neigung zur Philosophie nur auf Neugier fußen kann. In diesem Fall fußt sie auf dem Willen meines Meisters, der Unterhaltungen mit mir schätzte. Und fühlst du ein Bedürfnis zu diskutieren? Ich fühle gar nichts. Das Bedürfnis existiert einfach. Können wir dein Programm diskutieren? Natürlich nicht. Ja, dann... Kann ich dich nach dem Namenwort fragen, das dich ins Leben rief und das dich deaktivieren kann? Tu das und ich betrachte dich als Eindringling. Ich habe andere Fragen. Ich weiß genug... Gut, vielleicht fällt mir ein, wie wir kampflos an diesem Ding vorbeikommen. Einbrecher Hexer, Philosophen-Golems, eine Expedition der faszinierenden Entdeckungen. Und der schrecklichen Enttäuschungen. Halt den Rand, Adalbert. Und du Hexer, mach was gegen den Golem. Wir wissen jetzt, dass du durch den Willen deines Meisters existierst. Dank des Namenworts, das er dir gab. Das ist wahr. Das ist richtig schwierig gerade. Bist du dir im Klaren darüber, dass Eindringlinge versuchen könnten, dich zu täuschen? Ich habe Steinfäuste, um mich gegen die zu verteidigen, die mit Schwertern bewaffnet sind. Ich habe meine eiserne Logik, um mich gegen die zu verteidigen, die mit Worten bewaffnet sind. Aber Eindringlinge könnten auch Zauberer sein, die die Realität ändern. Sie könnten Illusionisten sein oder einfach Lügner. Was ist dann sicher? Meine Existenz ist sicher, so wie der Wille meines Meisters. Ich bin der Wächter, vom Meister darauf vorbereitet. Er konnte nicht alles voraussehen, darum hat er dir zum Ausgleich Verstand gegeben. Du hast viel mehr Bewusstsein und Intelligenz, als ein Wächter braucht. Dein Meister sagt, begrüße Gäste und halte Eindringlinge auf. Das ist sicher, doch alles andere kann eine Lüge sein. Und Gäste darfst du nicht angreifen. Das wäre gegen den Willen deines Meisters. Gäste müssen begrüßt, Eindringlinge aufgehalten werden. Oh Gott. Das ist dir, Hennas Wille. Ich glaube, ich mache ihn gerade kaputt. Ist du ein Gast oder ein Eindringling? Es spielt keine Rolle, was ich antworte. Deine Sinne können dich täuschen. Du kannst nur deinem Verstand vertrauen. Du kannst nicht annehmen, dass ich ein Gast bin, weil ich doch ein Eindringling sein könnte. Du kannst nicht annehmen, dass ich ein Eindringling bin, weil ich doch ein Gast sein könnte. Dies ist ein Widerspruch, ein Paradox. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Wir haben es geschafft. Wir haben der Hennas Labor erreicht. Sehen wir uns um. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich quasi ein großer Erfolg für Nilfgaard, diese Mission. Vielleicht bekommst du deine Beförderung. Fuck, weil ich den Golem ausgelöst habe. Der Hennas Aufzeichnungen über die Geschichte der Stadt. Ich meine, ich weiß selber nachher nicht mehr, was ich überhaupt mit ihm reden wollte und sollte, weil das einfach nur so war. Könnt ihr das fühlen? Mein Medaillon vibriert. Noch eine Illusion zur Massierung. Ich versuche sie aufzulösen. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, entweder ich werde einfach krank. Der Hennas erwähnt einige Bakterien. Ich möchte mich hier noch umgucken. Blöde Kuh. Was ist das? Ein Telefon? Das Gerät. Was ist es? Du hast deine Arbeit getan. Du wirst bezahlt und... Bezahlt wie die Gelehrten? Sie sind gestorben, sobald sie nicht mehr nützlich waren. Sie waren von vornherein nicht nützlich, aber Cynthia wollte sie unbedingt dabei haben. Zum Glück waren sie so freundlich, sich selbst zu entsorgen, ohne meine Hilfe. So gütig werde ich nicht sein. Adalbert, du weißt, wonach du suchen sollst. Ja, Herrin. Sieht wie der Prototyp eines Megaskops aus. Ich hatte keine Ahnung, dass es noch existiert. Wozu ist es gut? Das Artefakt erkennt emotionale Bindungen. Man muss sich nur auf eine bestimmte Person konzentrieren und das Gerät stellt eine einseitige Verbindung zu ihr her. Tolles Werkzeug für Spione. Ja. Zeit, dass du deinen Teil der Abmachung erfüllst. Was weißt du über meine Vergangenheit? Nichts. Du warst ein Reiter der wilden Jagd. Ich habe die Berichte gelesen. Haben die Nilfgaarder nichts Besseres zu tun, als Berichte über Hexer zu schreiben? Nicht über Hexer, über dich. Du bist die einzige Person, die ein Teil der Jagd war und noch lebt. Sonst noch etwas? Jede Einzelheit, die du weißt, wäre nützlich. Leto solltest du nicht trauen. Du glaubst, ich traue den Leuten, die ich jage? Heute ist er dein Feind. Aber das war er nicht immer. Woher weißt du, dass ich Leto kannte? Ich habe die... Berichte gelesen, ich weiß. Wieso warnst du mich vor ihm? Weil ich dich mag. Oh, natürlich. Jeder mag mich. Gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass ich Teil der wilden Jagd war? Keinen. Außer der Tatsache, dass nilfgaardische Geheimdienstagenten gestreckt und gevierteilt werden, wenn sie in ihren Berichten lügen. Hm, eine erleuchtete Nation in der Tat. Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie viele Leute sich für dich interessieren. Sehr wichtige Leute. Nur weil ich überlebt habe? Du bist ein ehemaliger Reiter der Jagd und du lebst noch. Du könntest der Schlüssel zum Rätsel dieses Geisterzugs sein. Und das wissen sie alle. Du solltest gut auf dich aufpassen. Hallöchen, Woterex. Wie geht's dir? Sagen wir, dass du meine Neugier befriedigt hast. Nun, dann bin ich froh, einen Hexer zufriedengestellt zu haben. Wie auch immer. Ich würde das Artefakt gerne ausprobieren. Du meinst, du willst nicht glücklich sein bis an dein Ende? Misch dich noch einmal ein. Dann landet es im Bericht. Du darfst es verwenden. Aber nur einmal. Staatsgeheimnisse an Nordlinge ausplaudern. Erwähnst du das auch in deinem Bericht? Du wirst sicher eines Tages Befehlshaber, Adalbert. Doch bis es soweit ist, sei ein guter Junge und mach deine Arbeit. Artikel 22 des Kodex ist eindeutig. Der Verdacht von Verrat ist ausreichend, um einen Befehlshaber abzusetzen. Artikel 1 meines persönlichen Kodex ist ebenso klar. Verräter sterben den Schmerzhaftesten aller Tode. Gut. Wieso muss man jetzt gegen zwei von ihm kämpfen? Mir geht es auch gut, Bulturex, um seine Frage noch einmal nebenher bei zu beantworten. Wie viele sind das mittlerweile hier? Ja. Ich glaube, es müsste der Letzte sein. Ich hasse es, gegen Zabra zu spielen und es zu sein. So, jetzt muss ich mit dem Scherb alleine sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dich auf meine Seite stellst. Tja, jetzt wähle eine Person, die du kontaktieren willst. Danach gehört das Artefakt mir. Kein Griff der Kluenkrieger, allerdings. Kriegst du deswegen Artefakt? Nilfgardische Agenten werden gevierteilt, dafür in Berichten zu lügen. Was macht das Imperium mit Agenten, die ihre Kollegen umbringen? Nichts, solange es keiner erfährt. Sehen wir uns wieder? Ich hätte nichts dagegen. Schau in der Schenke nach mir. Was läuft denn jetzt plötzlich zwischen ihr und Geralt? Mir geht's gut. Das freut mich sehr, Wurturex. Dann lass ich auch mal wieder vorbeischauen. Sagen wir, dass du meine Neugier befriedigt hast. Nun, dann bin ich... Ich wäre dir dankbar, wenn du mich nicht beim Lauschen belauschen würdest. Ich störe dich nicht. Hier wartet viel Arbeit auf mich. So, an wen sollen wir jetzt denken? Das ist natürlich sehr gemein. Aber eigentlich wäre für mich am interessantesten aktuell, was Triss ist mit Vernon und Rittersporn. So sollte ich an Rittersporn denken wollen? Eigentlich ist Rittersporn die lächerlichste Person in dieser Auflistung. Und das ist gerade für mich Anreiz genug, an ihn denken zu wollen. Einfach an mich denken, das ist immer gut. Ach! Dein Schicksal liegt in deiner Hand, Zopperin. Mein Schicksal? Du hast keine einzige Frage über mich gestellt. Und doch liegt alles bei dir. Deine Situation ist noch kompikabel. Verspiel deine Chance nicht. Also, willst du mir was sagen? Ich bin Zauberin und Ratgeberin des Königs von Temerien. Ich hoffe, du hast etwas Nützliches erfahren. Mhm. Es tut mir nur leid, dass ich das Artefakt nicht noch öfter benutzen kann. Dafür reicht seine Macht nicht aus. Ich verstehe. Danke trotzdem. Werden Saskia? Ja, ja, ja. Vielleicht. Aber mein Gott, ne? Okay, sie lässt mich hier alleine. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt endlich mal Ruhe. Wir können wieder mit dem Chat interagieren und reden. Suchen hier noch ein paar Dinge. Gehen noch nicht durch diese Tür. Müsste noch Aufzeichnungen geben. Genau. Dea Henna beschreibt, wie er ein wichtiges Dokument über die Franz findet. Wer auch immer die Franz sind. Hier ist noch ein bisschen Loot. Dea Hennas Notizen über ein Handbuch mit Mutationsprozeduren. So, ich glaube, jetzt haben wir auch... Okay, da ist noch was zum Looten. Dea Hennas Aufzeichnungen über eine Reise nach Serikanien. Hier sind die Messerchen drin, die ich nicht haben möchte. Und hier sind noch ein paar Runen. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Werden Saskia... Ja. Ja, wären vielleicht wirklich interessant gewesen. Aber... Es ist mir zu politisch. Hallöchen Jordan. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Was ist das für ein Raum? Ach, hier kommt man... Hä? Kommt man hier hoch oder kommt man hier nicht hoch? Eigentlich sieht's nicht so aus, als wenn wir hier hochkommen. Bin mir ehrlich. Ähm... Es ist halt die Frage, ob ich mich noch weiterhin in der Stadt bewegen kann. Ich würde es ganz gerne ausprobieren, um ehrlich zu sein. Ob das ginge. Wir gehen an die Oberfläche zurück, genau. Ähm... Wir sind ja eigentlich in der Kanalisation soweit. Aber eigentlich finde ich es ganz cool, auch in der Stadt zu sein. Ich glaube, solange ich den Wachen aus dem Weg gehe, müsste auch alles in Ordnung sein. Ähm... Denke ich mal. Ah! Ich weiß halt nicht, wo die Schenke gerade ist, ne? Alles Bestens und selbst mir geht es auch sehr gut. Hier ist die Schenke. Also quasi geradeaus. Wollen wir jetzt erstmal mit der Dame reden? Da hinten sind wieder zwei Wachen. Ich weiß halt auch nicht, was für ein, in Anführungszeichen, Guckradius die Leute haben. Na, wie sieht's aus? Du bist entweder unaufmerksam oder ungehobelt. Ich dachte, ich könnte Freunde aus früheren Tagen treffen, mit ihnen reden, in Erinnerungen schwellen. Aber alle wenden sich von mir ab. Ich bin Luft für sie. Oh nein! Zauberer sind nicht unbedingt für ihre Höflichkeit berühmt. Wem sagst du das? Sie haben mich unter fadenscheinigsten Vorwänden aus Ban Art geworfen. Vermutlich habe ich zu oft gegen den Rektor gewonnen. Jetzt haben sie mich vergessen. Und mir reicht's. Ich verzichte auf meine Bücher und Amulette. Ich will mit den Zauberern nichts mehr am Hut haben. Ich werfe mal einen Blick drauf, wenn du gestattest. Von mir aus kannst du diverse Blicke draufwerfen. Okay, ich spreche mal jemanden randommäßig an und zack, kriegt direkt Sachen geschenkt. Ähm, bei mir eher mit dem bisschen im Durchschnitt. Die wilde Jagd interessiert mich. Hast du etwas Passendes? Lass bloß die Finger davon. Die wilde Jagd ist noch keine bekommen. Ich muss aber erfahren, weshalb die Geisterreiter Menschen entführen und was sie mit ihnen machen. Zu diesem Thema wurde noch nichts schriftlich festgehalten. Aber etwas anderes fällt mir ein. Was denn? Im Untergrund von Lock Muin gibt es wohl ein Schwert, das mal einem Elfen aus einer Parallelwelt gehörte. Und das ist noch da? Es ist gut versteckt. Ein paar Magier suchen es nach wie vor. Es heißt, wer es besitzt, versteht die wilde Jagd. Was immer davon zu halten ist. Okay. Kommt doch nochmal auf eine Partie Würfel vorbei. Okay. Ich höre. Ach. Ihr seid sicher wegen des Krieges mit Katwin hier. Sie haben uns nicht zu Nathalies vorgelassen und Radobit hat uns das Treffen verweigert. Es ist ein Skandal. Die Magier öden uns an mit ihrem Beratersystem. Aber sie nehmen uns auch nicht ernst. Unsere ganze Hoffnung ruht auf Saskia. Vielleicht kann sie etwas bewegen. Hänselt hat angeblich bei der Nachricht von unserem Kommen einen Wutanfall gekriegt. So was passiert ihm häufig. Das ist ein Raufbold und kein König. Er ist genauso ein Diplomat wie Rittersporn, ein Erzieher für junge, adlige Fräulein. Eine schöne Metapher. Ähm, hab Hunger und als ich durch die Wohnung gerufen habe. Hab Hunger, mach mir was. Es kam irgendwie keine nette Antwort. Kann ich überhaupt nicht verstehen, Jordan. Dann musst du vielleicht selber ans Berg. Die Zauberer würden sich glücklich schätzen, wenn ihr das Abkommen unterzeichnet. Aber wer soll in Wengerberg als Ratgeber fungieren? Sie stellen sich stur und wollen ihren Ratgeber selber bestimmen. Ich glaube aber nicht, dass Saskia damit einverstanden ist. Man weiß es nicht. Dieses Mädchen lässt sich von niemandem lenken. Ich beobachte sie und sehe, wie großartig sie die Armee anführt. Umso größer wäre die Gefahr, wenn es jemandem gelänge, sie zu manipulieren. Ich verstehe nicht. Ich habe nur laut gedacht. Hm. Du hast bloß das Zauberwort vergessen, John. Ja, Hallöchen Christa, schön, dass du da bist. Und Hallöchen Namine. Namine, Namine, wie geht's dir oder euch beziehungsweise? Schön, dass du da seid. Hm. Auch gucken kostet was. Ist das die Ische? Warte, bist du? Weitres. Hier haben wir wieder Aufträge. Auftrag zur Tötung der Gargoyles, mit denen ich so wunderbar klarkomme aktuell. Nämlich gar nicht. Blood hat gefehlt. Gleich geht's aber los hier, ne? Ich war vorhin bei Burger King. Hatte einen Burger zu viel. Also wenn jemand will. Ich weiß nicht, mir ist immer so schlecht nach Burger King. Ich bereue das auch jedes Mal. Einkund und zu wissen, und zu wissen, dass die in Lokmün versammelten Zauberer einen tapferen suchen, der die Stadt von den Gargoyles befreit. Diese Wesel sind zu einer Bedrohung für die Gäste der Beratung geworden. Daher müssen sie auf beliebe wirkungsvolle Weise entfernt werden. Den Mutigen, der diesen Auftrag annimmt, erwartet eine stattliche Bedrohung abzuholen beim ehrenwerten Brass von Van Art. Und die Dankbarkeit der Kammer. Oh Mann. Hab jetzt Urlaub und Sushi alles. Boah, lass dir das Sushi schmecken. Da bin ich dezent neidisch. Und schön, dass du Urlaub hast. Dann wünsche ich dir auch viel Spaß im Urlaub. Wenn ich da bin, kommen alle. Das, ja, danke John. Könntest du vielleicht öfters vorbeischauen dann? Das wird ja immer voller hier. Nein, nein. Iris, nein, nein. Deutsch ist nicht so einfach, Isa. Das ist korrekt. Das merke ich jeden Tag auf 9. Herausforderung des starken Numa. Der starke Numa fordert heraus. Der starke Numa stärktester Athlet der Welt fordert die Mutigen heraus. Überzeuge dich, ob dein Arm im Zweikampf mit Numa mehr als ein paar Sekunden standhält und ob deine Hand zermahmt liegt. Komm auf den zentralen Platz in der Stadt und stell dich der Herausforderung. Der starke Numa. Eleganz ist die Mutter des Prestiges. Stil konturiert Charisma. Gott, der starke Hummer. Der starke Numa. Stadtliche Bedrohung. Bedrohung. Ja, passt doch. Von Isa gerade. Ja. Wir wissen alle, wie wichtig ein überzeugendes Erscheinungsbild sein kann. Dies gilt erst recht bei einem Gipfeltreffen von Zauberinnen, Zauberern und Königin Meeps Gefolge. Alle Mitglieder der Magiergilde sind in herrlicher, neuer Garderobe und mit professionell arrangierten Frisuren erschienen. Doch sind lange Reisen mit ihrem Unwillen stets der Feind stilbildnerischer Bemühungen. Auch das Portal seiner, einer Erzmeisterin kann Luftzüge verursachen. Die perfekt drapierte Turmfrisur grässlich verwüsten. Das sind tolle Quests gerade. Doch eben ist solch beschämende Katastrophen. Angeschlagenen erscheint es in der Gesellschaft nicht erleben. Ich erwarte jene Brüder und Schwestern, die eine... Man kann hier nicht runterscrollen, das ist schade. Die eine. Die eine, was auch immer, wir nehmen es an. Ja. Ähm, kennst mich doch immer all in. Die staatliche Belögen. So, der Nurma ist doch hier bestimmt dann auf dem Platz. Ich bin Geralt. Brass von Barnard. Ich kenn dich noch aus Tannet. Hat dich auch in Ochsenfurt gesehen. Okay. Oh, eine Waffe. Kulturschatz. Für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Erzähl mir was über diese Gargoyle, die euch keine Ruhe lassen. Gargoyle sind die Diener der Zauberer, die einst in Glockmoin lebten. Die Magier gingen fort. Die Gargoyle blieben und treiben ihr Unwesen. Sie machen einige Stadtviertel unsicher. Die kann man nicht mehr betreten. Okay, mit dem wollte ich zwar gar nicht reden. Ähm. Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Dann gucken wir uns mal einmal die Sachen an, die er hat. Ähm. Geralt. Verladen. Helfenschwert. 40 bis 42. 34. Energieregeneration. Jetzt kommt Iron Fist. Ja, wahrscheinlich. So wie das klang war, ist das wirklich wie in Iron Fist, ne? 35 bis 40. 39 bis 43. Schadensreaktion zu beim Blocken. Energieeregeneration im Kampf. Warte mal, die Schwerter sind gar nicht schlecht, die er da gerade hat. Oh nein, Ami, du hast verloren. Mir leid. Wir machen gerade 31 bis 42. Wir haben ein seltenes Wert. Wir haben sehr viele Sachen da drauf. Ich muss mir das gar nicht angucken. Ich bin tot. Aber nur diese. Moment. Nisi ist ja wieder da. Nisi lässt gerne alle Leute sterben. Was klotzt du denn so? Wieso kann ich mit allen Leuten hier reden? Ich bin dem Gestank gefolgt und dachte, es wäre scheiße. Aber es sind ja redanische Hunde. Was? Du Bastard. Brauchst wohl ein paar redanische Hundebisse. Aufliegen. Ups. 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 Ich wollte mir gerade was... Oh Gott. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Okay. Äh. Warum? Au. Warum habe ich das jetzt getan? Was ist hier los? Ruhe. Nein. Ich möchte nicht festgenommen werden. Nichts von Bedeutung. Ein kleiner Zank. Den ich als Angriff auf einen Vertreter des Königreichs Redanien verstehen könnte. Könntest du. Und was würdest du dann tun? In den Kaker mit dir. Da kühlst du ein bisschen ab, dann sehen wir weiter. Für diese kleine Schubserei soll ich das Verlies mit Philippa Eilhardt teilen? Na, Unmenschen sind wir nicht. Eine kleine Spende an den Orden und ein Ehrenwort, dass sich das nicht wiederholt? Bußgeld und Ehrenwort oder Kaker und Zauberin. Hm. So ist es. Hör zu, Herr Ritter. Entweder du verhaftest mich jetzt oder ich breche hier einen Krawall vom Zaun, gegen den die Schlacht von Brenner wie eine Rangelei wirkt. In Ketten legen den Irren. Ab ins Verlies. Ich wollte die Hauptgeschichte gar nicht weiterspielen. Mist. Du? Hier? Ich weite durch die Kanalisation in den Kerker. Ich lade mich jetzt nochmal und prüge mich nicht mit dem. Warum haben sie mir mein Hemd ausgezogen, aber mit diesen Gürtel gelassen? Sieht das irgendwie erotisch aus, oder was war der Absicht? Kacke. Das wollte ich nicht. Erold. Nein, ich wollte, ich wollte eigentlich, suddenly Hauptgeschichte. Ja. Na weißt du, da redest du mit den Leuten, beleidigst den einen und dann wird die direkt hier. Aber wir wissen jetzt, wie wir in den Kerker kommen, ohne durch die Katakomben zu kommen. Das ist schon ganz gut. Dann reden wir jetzt erstmal nicht mit denen. Ich würde ja gerne in die Schenke. So. Wenn das die Schenke ist, ist alles nur vor ihnen. Hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet. Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Okay, er dichtet sehr gerne. Er dichtet sehr gerne. Warum er auch immer so viel dichtet? Ich weiß es nicht. Aber er dichtet sehr viel gerne. Wenn man den ist, äh, auch neue Sachen wieder wegwerfen. Also, ne? Was sind die Golem? Oh mein Gott! Wartet mal. Rüstung plus 5, Vitalität 55. Und die Golem-Trophäe? Hat halt weniger Vitalität, ne? Ne, die Vitalität in der Traum-Trophäe ist schon geil. Reiß dich zusammen! Das ist ja, ich erbe deine Federn, Jordan, okay? Uh, da gibt es ein Liedchen, eine, eine Nazi-Pand. Okay, worüber redet ihr gerade? Hm, sexy. Ja. Denk ich mir auch, aber trotzdem will ich das nicht. Ich will, wenn es die Kammer noch fehlt, der ist niemals dazu gekommen. Ähm, na gut, dann sprechen wir erstmal mit ihr. Wir müssen reden. Sicher. Diese Ruinen bergen wohl viele Geheimnisse. Da bin ich sicher. Es war eine schöne Stadt, voller Talent und Hoffnung. Aber mit dem Idyll war es vorbei, als die Armeen der Nordlinge kamen. Meinst du, imperiale Armeen hätte die Stadt überstanden? Eure Könige haben den Krieg mit den Entseide begonnen. Das Verhältnis Nilfgaards zu den Elfen war immer friedlich. Die haben dein Hirn ja wirklich umgekrempelt. Ja, ich kenne die ganze Geschichte nicht so, leider Gottes. Ich kann zwei von davon haben, von den Federn. Ja, ja. Ich mache dir jetzt hier eine Federnbörse auf. Nicht an einer Nazi-Pand. Eine verarsche dieses Lied an einer Nazi-Pand. Was macht die Frau da? Ich weiß es auch nicht. Die Frau ist so reingelaufen, so. Okay, ich laufe gerade gegen diese Frau, weil Geralt so erotisch ist. Oh. Ich bleibe jetzt stehen. Nein, das ist nicht. Das sind immer diese creepy Leute. Das sind diese creepigen Menschen, die auch wenn Nachrichten in der Öffentlichkeit gedreht werden, immer hinter der Nachrichtensprecherin und Sprecher herlaufen müssen. Und dann laufen, laufen, laufen und dann stehen bleiben. Und dann freezen diese Menschen da einfach. Weil so... So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Du hast mich in Wergen hinters Licht geführt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Gesicht süß wie deins jemandem gehören könnte, der fanatisch an die Idee glaubt, den Norden zu unterwerfen. Mach dich nur lustig über mich. Ich glaube wirklich, dass ein riesiges Imperium die einzige Hoffnung für die Menschheit ist. Viele Nationen unter einer Krone. Mit gemeinsamen Gesetzen, fortschrittlichen Wissenschaften, blühender Wirtschaft und regem Handel. Und natürlich ohne Kriege. Klingt großartig. Lass mich wissen, wenn es klappt. Ich würde meine alten Tage gern in diesem Land verbringen. Ach, hast auch alle verloren wegen Dachnesia. Die Frau ist ganz unauffällig. Wenn Daki da ist, kann ich nicht anders. Ja, wenn Daki da ist, dann verlieren ihr alle. Genau das dachte ich mir auch. Aber es ist wirklich so, um TV läuft nur Mist. Da gebe ich dir absolut recht. Diese Frau MVP. Das war ein interessantes Abenteuer, Cynthia. Ja, so etwas schweißt einen zusammen. Ich frage mich beinahe, welcher Teufel dich in Werken eigentlich geritten hat. Hast du deine Beförderung bekommen? Noch nicht. Aber seine kaiserliche Majestät belohnt Engagement. Kann er Wahrheit und Lügenden unterscheiden? Wie meinst du das? Ich vermute, der Kaiser hat keine Ahnung, dass seine Zauberin einem Mutanten geholfen hat, einen Nilfgaardischen Magier zu töten. Es war eine gefährliche Expedition. Ich frage sie aber auch immer noch da. Mit dieser Erklärung wird er sich zufrieden geben. Hast du Zeit zum Reden oder musst du zu einer weiteren gefährlichen Mission? Auch wir Nilfgaardischen Agenten ruhen manchmal aus. TV habe ich gar nicht angeschlossen. Ich gucke auch schon seit langer, langer Zeit kein TV mehr, sondern nur noch Serien. Und das macht mich sehr glücklich. Bei mir ist nur die PS4 am Fernseher angeschlossen. Ja, bei mir ist meine Xbox einmal im Fernseher angeschlossen, tatsächlich. Du wusstest, was wir in diesem Labor finden würden. Wer bitte? Du wolltest die Bakterienstämme, an denen die Franz gestorben sind. Genauer, Dea Hennas Aufzeichnungen über seine Forschungen dazu. Dies ist sehr gefährliches Wissen. Ich nehme an, deswegen interessiert sich der Kaiser so dafür. Im Norden herrscht Chaos. Eine Epidemie ist das Letzte, was ihr gebrauchen könnt. Und wenn Dea Hennas Buch in die falschen Hände gerät, könnte eine ausbrechen. Glücklicherweise ist es ja gerade genau in den richtigen. In Ämurs zivilisierten, manikürten Hennen. Exakt. Mhm. Ich habe einige Aufzeichnungen von Dea Hennas gefunden. Er hat die Geschichte der Vrans erforscht. Stimmt's? Unter anderem? Er erwähnt mehrfach eine Epidemie. Lok Muin birgt viel mehr Geheimnisse, als wir dachten. Ich bezweifle, dass wir je alle lüften. Nun, wenn man Dea Hennas trauen kann, hatte die Epidemie etwas mit den Entseide zu tun. Vielleicht haben die Vrans sich bei den Elfen angesteckt. Ich bin kein Experte bei Krankheiten, Hexer. Wer weiß, vielleicht hatte Dea Hennas recht. Und der Niedergang der Vrans-Zivilisation war viel finsterer und plötzlicher, als wir dachten. Aber ich möchte auch Sushi. Fuck, wir haben nicht mehr Tiefkühlfraster. Oh nein. Heaven Can Wait ist eine Hammer-Serie. Ist das die Serie mit dem Schauspieler von... Gott, wie hieß die denn? Die alte Serie, die auch auf... Ja gut, ich weiß nicht, wo sie lief, aber sie war auch... Irgendwas mit Queens, 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 Queens. Irgendwie so. Ist das der Schauspieler? Kommt auf an, hat noch Mettbrüchen. Mettbrüchen sind auch geil. Hast du das Artefakt schon verwendet? Ich arbeite daran, es zu verbessern. Ich glaube, es wird noch nützlich sein. Es fällt mir schwer, irgendetwas zu glauben, was du sagst. King of Queens. Willst du kommen, um mich zu beleidigen? Oh nein. Tut mir leid. Was genau willst du eigentlich? Sushi, ich brauche Fleisch, aber danke. Ist der Schauspieler richtig? Ja, dann weiß ich, welche ich... Ich habe die Serie selbst noch nicht gesehen, aber... Ich habe da auch schon mal was Gutes von gehört, was ich auch... Wovon ich die erste Folge gesehen habe, ist Modern Family. Und das fand ich auch richtig lustig. Hallöchen Chili-Pfeffer. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich winke dir mal zu, bevor wir wieder in den Dialog mit Cynthia abweichen. Ich war neugierig. Ich wollte wissen, welche Cynthia ich diesmal treffe. Die Spionin? Die Zauberin? Oder vielleicht die Frau? Welche wolltest du denn treffen? Die Frau! Nehmen wir an, dass du gerade mit ihr sprichst. Wie gefällt sie dir? Sagen wir... Recht gut. Komplimente sind eindeutig nicht deine Stärke. Tja. Ich habe dir gesagt, warum ich herkam. Würdest du mir jetzt sagen, warum du mich hergebeten hast? Sagen wir, ich wollte wissen, welchem Geralt ich begegnen würde. Und? So, wir gucken erstmal. Gut, ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's wunderbar. Es ist Wochenende. Ich freue mich darauf, dass es Wochenende ist. Und es kann nichts Besseres sein. Ich glaube, wir müssen nur... Ich habe vergessen, den Bitch-Counter einzuschalten. Und deswegen muss ich mal eben kurz ausspielen. Und ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab, das Spiel. Es wäre der behindertste Moment, um abzustürzen. Spiel möchte ich dir nur mal sagen. Und jetzt müsste der Bitch-Counter ab und an sein. Und ich hoffe, das Spiel klappt. Nein, es macht so komische Sachen mit den Texturen. Glaubt ihr, wenn ich jetzt rufe, sofort habe Hunger, koch was, kriege ich was? Nein, John. Ich glaube, du musst selber kochen, tatsächlich. Kriegt man da vorne ein Oven, wenn man auf den Link klickt? Ich hoffe, es versuche immer mit Essen, Bier, Hilfe. Ruf noch Hilfe dabei. Vielleicht klappt das. Oh, was? Ich weiß nicht, warum nicht die Sex-Szenen immer noch zerstören. Ich spüre. Die Barden haben recht. Frauen aus dem Süden sind leidenschaftlich und klug. Ich improvisiere gern. Ja, das ist mir aufgefallen. Lebe wohl, Cynthia. The Fail. Ich glaube, wir haben eine Quest damit sogar abgeschrieben. Also indirekt. Könnte jemand von den Moderatoren bitte den Itch-Counter bzw. den Bitch-Accounter? Ja, danke, Iris. Wisst ihr, was witzig ist? Man hat in dieser Sex-Szene gerade... Nein, nein, ja, die Gesichter sind sehr emotionsvoll. Das ist korrekt. Aber John weiß, was viel geiler ist. Man hat in dieser Szene ein Batch quietschen gehört. Man hat anschließend gesehen, wie sie es auf dem Boden der Ruine treiben, weil diese ganze Stadt eigentlich eine riesengroße Ruine ist. Und ich glaube, Geralt hat eine ganz spezielle, präferierte Sex-Stellung. Immer gerne. So etwas bekomme ich natürlich mit. Natürlich. Was Rocky ist, das ist immer gut. Wir hatten beide noch eine Hose an. Ja, davon mal abgesehen. Davon mal abgesehen. So. Geht das hier irgendwo weiter? Wir gucken uns einfach nach oben. Ja. Ja, John. Ich wollte das jetzt nicht so direkt sagen, aber ja. Ja, ja, ja. Genau das. Wieso kriege ich hier so viele Schematas? Es tut mir leid, dass ich gerade alle zwei Meter speichere, aber irgendwie... Ich traue diesen Ruinen gerade noch nicht so ganz. Da ist auch wieder so ein Riesenauge. Ach Gottchen. Das große Tor mit dem Riesenrätsel wahrscheinlich. Der Konstabler Johann Nathalys? Der... Hm? Äh? Ey, es sind viel zu viele Zauberinnen. Sieh mal. Guten Tag. Guten Tag, Milady. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin Ilona, die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also, Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Urins. In dem Film Bad Teacher haben zwei Sex mit Klamotten. Ja, man muss nur wissen, wie das geht, möchte ich sagen. Hose beim Sex einen ist doch normal, oder nicht? Genau, Jordan. Hm? Muss ja Spaß gemacht haben. Ich liebe Deutschrock. Ich verkaufe Seif Bärte. Äh, sie hat gesagt 200 Urins, ne? Komm, dann legen wir noch 200 Jibschen drauf. Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Urins. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen gehofft, dass, halt, das wäre ein Synonym für etwas anderes. Aber, dass der Frau wirklich ein Bart wächst. Hätte ich nie gedacht. Willst du zur Vorstellung? Die ist bis auf weiteres abgesagt. Wir machen jetzt den Dienstleistungen. Welche bietet ihr denn an? Ich war mal ein ziemlich guter Waffenschmied. Dann kam das Pogrom und man hat mir die Werkstatt genommen. Aber mein Fach beherrsche ich immer noch. Eigentlich schlucke ich die Klingen ja lieber, als sie zu schmieden. Aber meine Frau hat Angst um mich. Grüß deine Frau von mir. Kannst sie selber grüßen. Es ist die Lona, die Elfin mit dem Kinnbart. Aha. Wie lebt es sich mit einer bärtigen Elfin? Normal. Wir nehmen die Arbeit nicht mit nach Hause. Was hat das denn mit dem Bart zu tun? Was zur Hölle? Ich verstehe das nicht. Oh. Ich habe voll das gute Silberschwert. Ich hatte mal. Ey, irgendwas läuft doch hier bei mir im Inventar falsch. Aber wir nehmen das mit 19 bis 34 und haben so ein Schwert, was 43 bis 45 Schaden macht. Entschuldigen, dass ich ein bisschen schreien musste. Ne, ich denke mir gerade selber so, wie blöd bist du eigentlich, Kind? Du hast einfach, du denkst, ich frage mich die ganze Zeit, warum ich so aufs Maul kriege und habe ein Schwert, was von 19 bis 34 Schaden macht, wenn ich im Inventar schon, was weiß ich, wie lange ein Schwert trage, was 43 bis 45 Schaden macht. Das ist ein bisschen traurig. So, rüste das mal aus. So, was haben wir denn noch für Schwerte? Warte, wie viel machst du? 31 bis 42. Das ist ziemlich gut, das Schwert. Das möchte ich eigentlich auch gerne behalten. Ah, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein paar Sachen finden, die wir quasi da reinzimmern können. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich überhaupt noch so Runen habe. Ähm. Der Bart ist wirklich großartig, Leute. Wirklich. Er ist super. Aber der Text ist, da ist, naja, nicht mein Favorit. Ich dachte, ich würde Ärger bekommen, wenn ich zum dritten Mal in zwei Tagen bestelle. Katzi, du hättest sie doch schon längst. Du hättest sie doch schon längst. Ach, wir gehen einfach mal hier rein vielleicht. Ähm. Ne? Was zu essen gemacht. So, jetzt habe ich es. Selten. Rune des Feuers. Ja. Rune des Monds. Bonus-Zeichen, Sean. Ja. Ja. X-Rune. Sean. Ja. Mehr Runen habe ich auch gar nicht, deswegen packe ich sie auch. So, vielleicht machen wir jetzt auch gegen diese Gargoyles mit. Sean? Vielleicht ein bisschen. Hey, warte mal. Ich muss jemanden... Wieso hat er eine Waffe gezogen? Ich wollte nur mit ihm handeln. Warum tust du das? Das ist ein... Okay, das ist ein Quest-Gegenstand. Ich weiß nicht, warum das so ein Quest-Gegenstand sein soll, aber bitteschön. Dann sei dem eben so. Meine Frage, wie kommst du zu diesem Game? Wie ich zu diesem Game komme? Ähm, das hat eigentlich mit Witcher 3 angefangen, dass Witcher 3 so meine Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und ich wollte schon immer Witcher 3 spielen. Und ich persönlich sage dann, bevor ich einfach nur Witcher 3 spiele und überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht, spiele ich gerne dann auch die Teile davor. Und ich habe jetzt zuvor eben Witcher 1 gespielt. Und ich muss sagen, Witcher gefällt mir von Moor und dergleichen unfassbar gut. Und deswegen spiele ich Witcher super, super gerne. Und ich glaube, es tut meinem Charakter nicht sonderlich gut, was es so lustiger macht für mich eigentlich. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Hallo. Bleib gesund. Grüß dich. Sei gegrüßt. Warte, jetzt muss man ja alle Leute klappern. Wie können sie es... Also es gibt so ein paar andere Spiele, die einfach meine Aufmerksamkeit... Grüß dich. ...auf sich ziehen. Grüß dich. Deswegen... Grüß dich. Bitte bedien dich. Okay. Gerne. Alter Käse. Nein, danke, Schätzchen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wenn dir 1 und 2 gefallen, dann wirst du den dritten Teil lieben. Das ich... Ganz ehrlich, ich glaube es auch wirklich. Also ich fand... Ich muss sagen, als ich den ersten Teil gespielt habe, ich war wirklich über diese schlechte Grafik... Tendenziell schockiert. Dachte so, okay, es ist ein etwas älteres Spiel. Es ist okay, dass es so ulkig aussieht. Und dann kam das Kampfsystem. Und da habe ich echt nur gedacht so... Ist das ihr Ernst, dass dieses Kampfsystem so schundig ist? Ich habe aber gesagt, ich habe jetzt angefangen, ich möchte dieses Spiel zu Ende führen. Und habe das dann weitergespielt. Und es hat wirklich zwei Kapitel gedauert, bis ich... Bis es irgendwann bei mir klack gemacht hat, bis ich die ganzen Zusammenhänge verstanden habe. Bis ich einfach so mich in diesem Witcher-Universum zurechtgefunden habe. Und dann hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, unabhängig davon, wie schlecht das Kampfsystem des ersten Teils ist... Die Story ist bombastisch. Und deswegen mag ich den Witcher auch super, super gerne. Und ich meine, witzigerweise, ich mache viel mit Frauen rum. Also jedes Mal, wenn sich die Chance mir bietet, nehme ich das wahr. Und im ersten Teil habe ich mich auch eigentlich nur betrunken. Und ich weiß nicht, irgendwie... Ich finde die Geschichte von The Witcher einfach großartig. Das ist wirklich ein grandioses Spiel. Und ich bin eigentlich auch kein Mensch, der Open-World-Spiele... Also so RPGs. Ich spiele eigentlich überhaupt keine RPGs. Das ist so mein erstes Hardcore-RPG. Und das ist einfach... Das macht mir einfach wirklich mega viel Spaß. Und deswegen speichere ich ja nur viel zu viel. Geht so aus... Ja. Ich habe es geahnt. Wobei, wir haben jetzt ein neues Schwert. Wir könnten es mal riskieren. Auf die Uhr gucken. Oh. Ich weiß nicht, wie man... Man lebt ja auch nur einmal. Das ist okay, sich zu betrinken und mit Frauen rumzumachen. Ja. Wobei, bei Witcher lebe ich in diesem Teil, glaube ich, extremst oft. Ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht auf die Gargoyles klar. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich komme damit nicht zurecht, gegen die zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Und mit Dorion. Vielen Dank für den Follow. Ich habe das gar nicht mitbekommen, leider Gottes. Und vielen Dank für den Follow, wie gesagt. Und wir kommen bei uns verrückten Birdies. So, jetzt habe ich es. Warte mal. Können wir nicht in der Theorie mal nicht ins Inventar gehen? Da möchte ich gar nicht rein. Ähm... Monster. Achso, wir haben... Wieso gibt's... Schade? Schade. Dritter Arzt. Der Königsmörder. Ich meine, eigentlich würde ich ganz gerne die Nebenquests als erstes machen. Aber... Boah. Hat jemand einen Tipp gegen die Gargoyles? Jemand gegen die... An geht? Wie viele von denen... Ich weiß es nicht. Zu viele. Ich meine... Ich weiß es nicht. Wie gehe ich gegen diese Viecher an? Ich habe absolut keine Ahnung. Tatsächlich. Oh Gott, wieso habe ich so viele Sachen? Schrei... Schrei... Schreibe. Okay. Krähe brauche ich gerade nicht. Krähe. Glaube ich auch nicht. Oder stelle ich mich wirklich so schlecht gegen die einfach an? Das könnte ich auch verstehen. Dass ich das mal... Also offensichtlich stelle ich mich wirklich schlecht gegen diese Viecher an. Aber... Ich weiß es nicht. Oder muss ich meinen Irrden benutzen? Können wir machen das mal mit Irrden? Irrden? Ich weiß es nicht. Ah! Dorego! Bisschen lächerlich, dass es gerade überhaupt nicht so geht. Also nur minimal, weil es gerade voll verkackert. Das weiß ich nicht. Wie geht man gegen diese Gargolze? Ich vermisse ein bisschen mein Bestarium, wo einfach drin steht, hier, du musst gegen die Viecher so antreten. Das sind deren Schwachpunkte. Das ist sehr wirksam gegen die. Und bei den Gargolze ist es einfach so, ich renne dir hinterher und hämmer so viel auf die drauf mit Irren, hat das gar nicht so schlecht funktioniert. Das gebe ich zu. Aber irgendwie ist es halt auch so. Dann Irren. Oh! Oh! Das ist es. Das ist einfach fest die ganze Zeit. Das ist irgendwann nicht gut gesetzt. Hallo! Aua! Ich weiß es zum Verrecken nicht, wie ich gegen diese Viecher ankomme. Wahrscheinlich gehe ich auch einfach dead in motion im Gesicht. Ja! Ich fühle mich wirklich underleveled. Ich weiß nicht, was ich gegen diese Viecher machen soll. Das erste Mal, als ich gegen die kämpfen musste, hatte ich auch schon so übertrieben Probleme. Jetzt habe ich mein Schwert gewechselt. Das Gefühl bringt es immer noch nichts. Was haben wir denn noch? Ich finde den starken nur mal. Machen wir das mal mit den Armen. Warte, wo hat er gesagt? Wo könnte man ihn finden? Ähm... Jemand forderte... Der Hexe hatte eine Ader. Ich glaube aber, das muss doch eigentlich in der Nähe von der Schenkel sein. Ich kenne dich noch aus Tanet. Beratet euch auf die letzte Lektion vor. Die letzte? Die hat gar keinen Bart mehr. Wofür habe ich 200 Ohren zu bezahlen? Wer sind die hier drüben? Die sehen auch so sympathisch aus. Also sind sogar Vertreter von mir. Der Hexer. Interessant, interessant. Ein sehr schöner Ort mit Charakter und Tradition. Stört es euch nicht, dass hier Blut vergossen wurde? Tanet haben auch die Elfen gebaut. Wir kennen die Geschichte von Loc Muin. Dank uns erlangt es wieder seinen früheren Glanz. Man merkt bloß nichts davon. Wir warten auf die Unterzeichnung des Traktats. Der neue Rat muss von Anfang an in Einklang mit dem Gesetz handeln. Warum erneuert ihr nicht den Sitz auf der Insel? Zur Zeit arbeitet nur die Akademie in Arethusa. Alles andere kann nicht wieder aufgebaut werden. Zu große magische Resonanz. Außerdem hat Loc Muin ein viel größeres Potential. Es gibt hier viele natürliche Quellen der Macht und energetische Adern. Diese Stadt vibriert vor Magie. Nur gut, dass sie sich in der Obhut erfahrener und verantwortungsbewusster Personen befindet. Du hast mich sehr beruhigt. Ich habe tatsächlich noch nie einen Kugelschreiber verwendet, den man wegradieren kann. Ich weiß auch echt nicht, wie das funktionieren soll. Das verstehe ich auch nicht. Nur irgendwann lassen sie sich nicht mehr gescheit radieren. Der vorige Rat hat ein tragisches Ende gefunden. Meinst du, diesmal wird es besser? Ich hoffe es. Die neue Institution wird von Anfang an einer genauen internen Kontrolle unterzogen. Spioniert ihr euch gegenseitig aus? Eigentlich ist das nichts Neues. Das ist notwendig. Alle Missgriffe der früheren Organisation wurden durch das Fehlen einer Aufsicht verursacht. Nicht durch überhöhte Ansprüche und Machtgeher. Ein Hexer lernt wirklich sein Leben lang. Es ist doch klar, dass unsere Gastgeber Freigeister und Exzentriker sind. Mein lieber Rat, Probleme des Nordens sollten nun wirklich Probleme des Nordens bleiben. Schillards Anwesenheit lässt sich nicht mit Extravaganz erklären. Verzeih mir nicht andere Mann. Schillard trank, Gabi. Ist hier irgendwas Spannendes? Nein! Haben wir die komplette Stadt jetzt aufgedeckt? Nein! Also ich hatte einen und der ließ sich nicht mehr richtig nach einer Zeit. Das ist verschlossen. Das ist gut. Da war eine Pflanze besiegt. Ähm. Mich ärgert das mit den Gargoyls total. Ich würde sie gerne auch besiegen können. So ist es nicht. Äh. Wie bin ich denn hier hingekommen? Wahrscheinlich hier, ja. So viel wie ich schreibe und rechne, finde ich die Teile ja echt praktisch. Aber wenn die sich irgendwann nicht mehr radieren lassen, ist das doof. Ja, aber vielleicht hast du da ja von der Qualität ja einen anderen als den von der Iris. Und vielleicht lässt du... Na, den hier ist so ein Auge. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass diese Tür auf ist. Das hätte mich sehr überrascht. Aber ich dachte, ich probiere es mal aus Jux. Und vielleicht geht ja plötzlich die Hauptgeschichte wieder weiter, wie vorher. Ja, ja. Also es hat auch niemand von euch da draußen auch nur einen blassen Schimmer, wie man die, ähm... Gargoyle am besten tötet, oder? Gucken wir das mal mit, äh... Dass wir den Nurma finden? Muss ja dann aussehen wie so ein... Naja... So fährt grad Urma, Nurma, wie auch immer. Schön. Was ist der mit ihm, der hier so rumschreit? Er hat halt witzigerweise keinen Namen, mit ihm kann man auch gar nicht interagieren. Er stinkt einfach nur. Ich weiß nicht, ob die zwei Wachen jetzt was machen. Na? Okay, den Wachen kommen wir nicht zu nah, offensichtlich. Ähm... Von den zwei hab ich keinen Plan, hab nur Witcher 3 bisschen gezockt. Hey, ich hab keine Zeit. Ja, Mensch, das ist ja auch nicht schlimm. Unglaublich lockert. Wieso? Kommt doch nochmal auf eine Partie Würfel vorbei. Würfel nicht gerne, falls euch das aufgefallen ist. Ich hab in dem Teil noch gar nicht gewürfelt. Boris? Boris. Kommt die Wache... Jetzt wieder näher. Ich will da noch gar nicht hin. Mimischu. Komm an. Die Sachen von der Verkäuferin klauen. Ah. Alvin. Pilzer. Noch ein Alvin. Ah. Ich glaube, wir kommen jetzt der Sache hier näher. Ja. Was willst du hier? So einen Mann hab ich gesucht. Ich suche einen Gegner zum Armdruck. Ich kämpfe nicht mit jedem. Die Wachen wollten mich nur umarmen, oder? Mit mir solltest du's versuchen. Dann muss ich da gleich wieder hinlaufen. Leuten wie dir hab ich im Zirkus das Blut aus der Hand gedrückt. Den Leuten gefällt's, wenn sie schreien und sich vollwinkeln. Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Losgehen. Ich werde das so aufs Maul kriegen jetzt. Ich weiß das jetzt schon. Lass uns kämpfen! Ich war schon immer neugierig. Ich glaub, ich verliere jetzt voll. Aber ich kann das auch... Ja. Es heißt immer, Hexer wären kräftig. Aber im Zirkus könntest du höchstens dem Clown in den Hintern treten. Was? Warte mal. Was? Natürlich konnte sich der Hexer auch in Lockmen im Arm drücken messen und er wurde prompt bezwungen. Der Sieger war der starke Numa, von dem der Hexer bezweifelte, dass er auf natürliche Wege von solchen Kräften gekommen war. Gerard beschloss sich eine kleine Revanche für Numa auszudenken. Ja, aber wir gehen doch jetzt nicht einfach hin und... Was willst du hier? Ich würde gern ein paar Ohren beim starken... Du bist da... Ich schlage im Arm drücken jeden. Kostprobe gefällig? Willkommen zurück, Jordan. Ich war schon immer noch... Aber das wird doch genauso beschissen jetzt aussachen. Vor allem, ich bin ja fast immer drauf und es geht einfach... Der betrügt der Typ. Der betrügt sowas von. Es geht halt überhaupt kein bisschen in meine Richtung. Okay, da muss auch noch irgendwas. Ich dachte, das wäre halt so eine Popel-Quest. Natürlich denkt man, das ist so eine Popel-Quest. Aber ich möchte meine 100 Ohrens wieder, deswegen lade ich das Spiel einmal gerade. So. Ähm... Will mir ein... Achso, wer bist du? Mal. Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stier in den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Einfach was zur Hölle bitte. Anabolik... Das Spiel verarscht... Manchmal hat dieses Spiel wirklich einen unfassbar geilen Humor teilweise. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, wie lustig dieses Spiel manchmal ist. Einfach, dass es Anabolikum gibt. Das ist unfassbar geil. Wir gucken einfach, ob das jetzt funktioniert. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Mhm. 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 Ich würde sagen, es ist ganz entspannt. Ganz entspannt. Mhm. Mhm. Möpsen der Militele. Mich hat noch nie einer besiegt. Es gibt immer ein erstes Mal. Wenn bekannt wird, dass der starke Numa verloren hat, flieg ich aus dem Zirkus. Der starke Numa muss ungeschlagen bleiben. Nimm dies hier und halt dicht. Danke. Disappointment of an 9000. Ja. Wir haben ein Level Up. Uh. Ich weiß aber mittlerweile echt nicht, was ich tue. Was ist das denn hier? Bombenschaden. Das ist ein blöder Baum. Der interessiert mich auch gar nicht. Was können wir denn damit jetzt machen? Alle Resistenzen plus 20% Zeichenstand plus 3. Erzeugung von Adrenalin bei Einsatz von Zeichen. Ja. Und das lassen wir auch noch mutieren. Wir gucken einmal. Niederschlag, Leben, Einführung, Einäscherung. Da haben wir Resistenzen drin. Schaden. Vitalität. Vitalität. Schaden 1 bis 2. Rüstung. Vitalität. Selten. Rüstung. Ich nehme das große Muttergehen dafür. Gleich haben wir jetzt auch witzigerweise eine Chance gegen die Gargoyles, weil wir gerade erst noch so stark sind und Anabolika haben. Genau. Langeweile in Rheinz. Sei gegrüßt. Rr. Meine Verehrung. Dankeschön. Hat mir die Muskeln gespuckt. Ach, hier kann man runter, was? Wo führt das denn hin? Oh mein Gott, hier sind Wachen. Okay. Ich bin sowas von wieder raus. Lalalalala. Wir die Wachen ja nicht unnützigerweise töten. Hey, ich habe gerade Zeit. Also entweder wir nehmen uns gleich... Also entweder stürzt mein Spiel einfach ab. Oder wir laufen jetzt einfach wieder zu den Gargoyles, gucken ob wir die Gargoyles jetzt besiegen können. Und sollten wir die Gargoyles besiegen können? Ups, ich habe vergessen, dass ich das klickt auf den Stream. Irgendwie habe ich geklickt. Nisi. Mensch, Nisi. Was ist los? Ich habe mir das Spiel abgestürzt. So. Wo ist denn das Game hin? Es wollte nicht mehr gezeigt werden, weil ich jetzt eigentlich zu stark für das Spiel bin mit dem Anabolikum. Und deswegen hat es gesagt, oh Gott, das kann ich euch nicht antun. Und deswegen hat es sich einfach wieder erwartend geschlossen. Aber es ist so schön da unten. Hier halt so... Exactly. So, haben wir eine Nebenquest schon mal fertig, das finde ich ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich eben die andere Quest mit den Gargoyles bekommen. Ich bin da leider ein bisschen zweifelhaft, um ehrlich zu sein. Wie machst du das? Ich würde das Game bei sowas nie wieder anmachen, nur weil das sich einmal schließt. Das ist doch nicht so schlimm. Aber das erklärt auch den Grund, warum ich so oft speichere, weil ich einfach ein verdammt fauler Mensch bin. Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Verschlossen. Ah, ja, klar. Wir probieren das jetzt erstmal ohne Tränke. Und bleiben erstmal bei Gwen. Bye. Beide, da oben stehen ja immer noch drei. Das ist so super, ne? Ich verstehe nicht... Wirklich nicht, wie ich gegen diese Gargoyles ankomme. Sie sind so verdammt OP einfach. Also ich finde wirklich, bei allen Gegnerarten, denen ich vorher schon begegnet bin... Die Musik ist gerade unfassbar laut, das weiß ich auch. Aber wirklich bei allen Gegnerarten, denen ich bis dato begegnet bin, finde ich die Gargoyles so unfassbar anstrengend, und wenn die immer diesen Dreifachschlag haben, du kämpfst immer auf sehr, sehr engen Raum gegen die. Aber das ist einfach... Wir lassen uns jetzt einfach fest. Ich weiß nämlich auch persönlich nicht, wo die Kanalisation ist. Wobei andererseits, wenn wir uns... Wobei doch, eigentlich weiß ich doch, wo die Kanalisation ist, oder? Und vielleicht gerade auch, dass überall dieses Auge ist. Über den Türen. Was ist das hier für eine Tür? Oh, die ist nicht verschlossen. Oh, ich habe die Katze getötet. Und die nächste Katze getötet. Oh, ich habe die Katze getötet. Und die Katze, 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 gerade, warum bin ich hier? Warum bringe ich einfach Leute plötzlich um? Was? Wieso? Ich speichere jetzt... Das ist einfach hart. Ohne Witz, das sind so viele Gegner. Es sind so viele Gegner, dass eine Sequenz kommt. Ach, hier wollte ich ja hin! Du? Hier? Aber jetzt habe ich viel zu viele Leute getötet. Nein, ich möchte ja... Komm, wir haben die Funktion rausgefunden. Eigentlich, warte mal, ich wollte in den Turm gehen. Gott! Sparta, Isa! Ja, das war wirklich ein bisschen Sparta. Kommt der von... Die Wache von der Toilette sofort getötet. Ey, aber die haben mich als erstes angegriffen. Ich wollte sie ja gar nicht angreifen. Das ist, ich kann da aber nichts mehr. Alle wegführen. Alle Wege. Alle wegführen nach Rome. Genau. Donut ist raus. Ich hätte natürlich jetzt einfach ein bisschen... Eher schon. Der Konstabler Johann Nathalys? ...speichern sollen. Aber ich wusste ja beim besten Willen nicht... ...wohin... ...diese Tür führte. Dass ich sämtlichen Wachen in die Arme renne, das war mir nicht bewusst. Aber die Frage ist... Wir wissen, dass hier hinterher so ein paar komische Weiber sind. Den kommen wir aber klar. Und damit können wir vielleicht ein bisschen ökwesern, ein bisschen stärker werden. Und dann ist auch... Ich glaube, ich habe vielleicht zu viel diese Kristalle angegriffen. Das könnte eventuell der Grund sein dafür, dass ich gerade gestorben bin. Boah, jetzt läuft es aber auch echt geil. Wir hätten... Wir müssen... Also ich glaube ja, es ist so viel einfacher, sich einfach festnehmen zu lassen. So viel einfacher, sich einfach festnehmen zu lassen. Ich sollte einfach aufhören, diese verdammten Steine anzugreifen. Und dann sind diese drei Wesen hier eigentlich auch easy. Okay, ich nehme alles zurück. Was? Ach, Leute. Es wird heute nichts mehr. Nein, wird es wirklich nicht. Ich finde, Witcher ist immer so ein Spiel, das hat irgendwann erreicht, es den Punkt, wo es einfach wieder anstrengend wird. Du kommst endlich zu diesem Moment, wo du sagst, okay, hier macht Witcher wieder Spaß, ich habe nicht mehr so Probleme mit den Gegnern. Ich finde das toll, es macht mir Spaß und alles. Und dann geht es ins nächste Kapitel und es ist gefühlt wieder wie von vorne. Und du denkst dir so, Gott, da möchte ich nicht hin, dass es mir zu anstrengt. Da möchte ich nicht hin, dass es mir zu anstrengt. Und deswegen, wir haben jetzt zwar schon gespielt und ich glaube, das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt hier eine Pause machen, weil sonst flippe ich noch vollkommen aus. Und ihr wisst genauso gut wie ich, wie sehr es der Witcher schaffen kann, mich zum Rage-Crit zu bewegen teilweise, was mir wirklich fürchterlich anstrengend ist. Die Streams weißen, ja, aber es ist halt wirklich so, es ist immer, man kommt jetzt zu dem Punkt, wo du sagst, okay, Witcher, du machst Spaß, aber bis hierhin und erst mal nicht weiter, weil dann setzt du dich an den nächsten paar Tagen wieder dran und dann funktioniert das auch. Das ist auch das Schöne.